Was taugen eigentlich die Wahlprogramme, wenn es um das Thema geht Hass und Hetze im Netz? Es gibt viele Vergleiche von allgemeinen Parteiprogrammen, aber ich möchte jetzt einfach nur dieses Thema betrachten, weil mir das auch persönlich sehr am Herzen liegt. Und bei dem Thema ist es jetzt zunächst einmal gar nicht so einfach, richtig und falsch zu unterscheiden. Das hängt nämlich davon ab, wovon man überzeugt ist. Möchte man, dass Hasskriminalität bekämpft werden soll? Oder ist man davon überzeugt, dass das Netz eigentlich wunderbar funktioniert, so wie es ist? Der Stärkere setzt sich durch. Mit Gegenrede kann man ja auch Hass oder Falschnachrichten bekämpfen. Denn das ist auch eine Position, die zum Beispiel von der FDP, aber auch von der AfD vertreten wird, die ja gerade davon lebt, dass es möglichst viel freie Meinungsäußerung, aber eben auch Falschnachrichten, Desinformation und Hetze gibt. Und so sind, wenig überraschend, die Ansätze der AfD relativ leicht zu erklären. Die sagt einfach, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll abgeschafft werden und zwar ersatzlos und nur dann sollten Inhalte entfernt werden, wenn die Justiz das verfügt. Und wenn man das genauer betrachtet, bedeutet das faktisch, dass sie nie entfernt werden. Denn die Strafprozessordnung sieht nicht vor, dass ein Gericht anordnen darf, dass Inhalte entfernt werden. Es kann allenfalls einen Verurteilten als Auflage aufgeben, bitte entfernen jetzt diesen Beitrag oder er wird von selbst auf die Idee kommen. Wenn man aber gar keinen Beschuldigten ermitteln kann, dann würden solche Inhalte immer dort stehen bleiben, wenn es keine Grundlage gibt, sie zu entfernen. Insofern ist der Vorschlag der AfD nichts anderes als ein Stehenlassen von jeglichen rechtswidrigen Inhalten. Die FDP fordert aber auch die Abschaffung des NetzDGs. Das hat sie schon im letzten Wahlkampf gefordert. Aber in diesem Jahr ist etwas anders geworden. Die FDP fordert die Abschaffung, aber den Ersatz durch ein anderes Gesetz. Und das kann am Ende des Tages vielleicht einfach nur der alte Wein in neuen Schläuchen sein, wenn die FDP nämlich die bisherigen Ansätze aufgreift, zum Beispiel den Zustellungsbevollmächtigten. Da sind sich die meisten Parteien einig, dass das eine gute Idee ist und eben auch andere Pflichten zur Entfernung. Damit könnte man sogar leben, wobei die FDP wünscht sich, dass nicht die Plattformbetreiber zuständig dafür sind, rechtswidrige Inhalte zu entfernen, sondern eine Selbstregulierung. Dass sie es also aufgrund von freiwilligen Verpflichtungen, vielleicht auch durch eine Organisation, selbst in die Hand nehmen. Also auch da sieht man natürlich, sie möchten eigentlich der Industrie möglichst wenigstens Vorgaben machen. Betrachten wir uns aber die großen Parteien, allen voran die Union. Und die Union hat ja immer so ein eigenartiges Verhältnis mit digitalen Themen. Jetzt hat Dorothee Bär, Staatssekretärin bzw. Digitalministerin im Bundeskanzleramt, gerade erklärt, dass die Union die digitalste Partei sei. So nach dem Motto, wenig digital, viel digital. Und die Union ist eben am meisten digital. Und das reflektiert vielleicht auch gerade so das Bild oder die Grundhaltung, die die Union von ihren Wählern haben, die ja das Neuland nun schon seit einiger Zeit betreten haben und sich jetzt wünschen, im nächsten Schritt werden wir mehr digital. Aber Hasskriminalität ist nicht ein Thema von viel oder wenig digital, sondern es geht darum, wie man mit dem vielen an digitalen Müll, der da unterwegs ist, umgeht. Ob man ihn entfernt und wenn ja, wie man ihn entfernt und wie man dabei die Meinungsfreiheit richtig berücksichtigt. Und da braucht man schlaue Ansätze, die nicht einfach in mehr oder weniger aussehen. Was macht die Union dazu? Nun, immerhin ist die Union nicht gegen eine Regulierung. Also die Union ist durchaus aufgeschlossen dafür, Plattformbetreiber auch in die Pflicht zu nehmen. Der Vorschlag, der dort im Programm steht, lautet über das AGB-Recht, dafür zu sorgen, dass das digitale Hausrecht der Betreiber Grenzen hat. Soll also bedeuten, man soll im bürgerlichen Gesetzbuch vorschreiben, dass ein Plattformbetreiber wie Facebook oder Instagram oder YouTube bestimmte Regeln einhalten muss, wenn sie Inhalte löschen sollen. Allerdings, diesen Vorschlag hat der Bundesgerichtshof schon umgesetzt. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte diesen Vorschlag die letzten Jahre immer wieder auch vorgebracht, dass wir über das AGB-Recht, über die Grundrechte-Klauseln, über die Generalklauseln dafür sorgen, dass Facebook eben nicht alles entfernt, was sie entfernen wollen, sondern nur die richtigen Inhalte, die wirklich rechtswidrig sind, entfernt. Und dass es ein entsprechendes Verfahren dazu gibt. Hat der BGH in seiner Entscheidung gegen Facebook bereits diktiert. Er hat auch klar vorgegeben, wie eine solche Stellungnahme in so ein Verfahren aussehen soll. Jetzt könnte man sagen, hat sich die Union überholt? Nein, das ist ein Thema, was man immer noch anbringen kann. Aber es ist ehrlich gesagt jetzt kein großer Wurf mehr oder keine große Innovation und vor allem auch kein großes Risiko. Das ist also das Programm der Union. Man könnte sagen, es ist nicht schädlich, aber es ist natürlich auch nicht besonders ambitioniert und man tut der Wirtschaft auch nicht zu sehr weh. Betrachten wir die SPD. Die SPD hatte in diesem Thema in den letzten Jahren die Federführung, weil sie das Justizministerium besetzt hatte. Und Heiko Maas, jetziger Außenminister, hatte damals als Justizminister das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgelegt und mit sehr großen Widerständen durchs Parlament gebracht. Damals in der vorletzten Legislaturperiode auch noch mit der dringenden Hausaufgabe, die Meinungsfreiheit künftig zu stärken. Das NetzDG war eine Idee, um Opferrechte, um die Rechte von Opfern von Hasskriminalität zu stärken und dafür zu sorgen, dass beispielsweise Hetze oder Verleumdungen wirksam entfernt werden. Und das notfalls eben auch mit Bußgeldern. Im jetzigen Programm hält sich die SPD etwas vage, was konkrete Maßnahmen betrifft. Man könnte fast glauben, sie hätten keine richtigen Ideen. Immerhin sagen sie, sie wollen Organisationen wie zum Beispiel HateAid unterstützen. Und sie sagen und erkennen, dass die Diskussion auf europäischer Ebene stattfindet beim Digital Services Act. Und dieser Digital Services Act, der ist gerade in der Abstimmung, in der Diskussion. Und da fängt jetzt gerade die Diskussionen zwischen Lobbyverbänden einerseits an, also die Plattformbetreiber, die möglichst wenig Regulierung haben wollen, und den Parteien oder Interessenvertretungen auf der anderen Seite. Und da ist es wichtig, mitzuschwimmen, mitzuspielen und sich aktiv mit einzubringen. Und da finde ich unsere Bundesregierung bisher viel zu zurückhaltend. Man könnte fast sagen, es interessiert sie gar nicht so richtig und man überlässt es von der Leyen, dieses Projekt durchzubringen. Denn der Entwurf des DSA bleibt hinter dem NetzDG zurück. Würden wir den jetzigen DSA, so wie er ist, auf europäischer Ebene haben, müssten wir in Deutschland das NetzDG in großen Teilen wieder revidieren. Zum Beispiel gäbe es nicht mehr das Recht eines Betroffenen, gegen eine Entscheidung der Content-Moderatoren von Facebook vorzugehen. Und das ist ganz klar ein Rückschritt. Was es schon gibt, ist, dass derjenige, der betroffen ist, von einer Löschung sich dagegen wehren kann. Man sieht also, da hat man die User-Rechte zwar gestärkt, aber die Rechte des Betroffenen unten runterfallen lassen. Die Grünen haben die detailliertesten Forderungen dazu aufgebracht, allerdings auch das größte Risiko politisch damit in Kauf genommen, weil die Grünen fordern als Einzige auch eine staatliche Regulierung zur Verhinderung von Desinformationen. Das ist eine heiße Kartoffel, die bisher keiner anfassen wollte. Ich hatte vor einigen Wochen auf Twitter mal eine Umfrage gemacht. Wer ist dafür, dass Falschinformationen, die in der Absicht verbreitet werden, um die Bevölkerung zu verunsichern und Schaden anzurichten, dass so etwas nur eine Strafe gestellt werden soll. Und da war eine relativ große Mehrheit dafür. Und ich hatte Digitalstaatssekretärin Ministerin Doro Beer gefragt, ob sich dazu äußern würde. Sie hat die Finger davon gelassen. Denn sie hat sich ihre Finger schon mal vor einigen Jahren verbrannt, als sie eine Bundesstelle für Fake News, war es letzten Endes, aufmachen wollte. Und da kam so viel gegen, dass sie ganz schnell die Finger davon gelassen hatte. Und das ist vielleicht auch die Politik. Man versucht, unfallfrei durchzukommen, anders als ein Herr Scheuer, und einfach die Finger von strittigen Themen zu lassen. Und Fake News ist so ein Thema, wo man ja immer in Konflikt kommt mit der Meinungsfreiheit. Wer soll entscheiden, was denn hier die Wahrheit oder Nicht-Wahrheit ist? Die Grünen wollen das Thema angehen. Wie genau, wissen wir auch noch nicht. Das steht im Programm nicht drin. Aber sie haben Vorschläge dazu gemacht. Was sie auch vorgeschlagen haben, ist, dass es eine Abgabe geben soll, also eine finanzielle Abgabe von den Plattformbetreibern zugunsten von den Hilfsorganisationen. Ziemlich witziger Vorschlag. Und es soll sogar ein Gesetz geben für digitale Gewaltschutz. Ein digitales Gewaltschutzgesetz, mit dem Opfer unterstützt werden sollen. Was genau drinsteht, weiß ich auch nicht genau. Aber das ist eine Idee, die bisher noch nicht so sehr in der Diskussion, schon gar nicht bei den Regierungsparteien angekommen war. Insofern haben die Grünen wahrscheinlich das ambitionierteste Programm. Allerdings auch die größten politischen Risiken, um die Meinungsfreiheit dabei nicht unter die Räder kommen zu lassen. Da wird man sicherlich viel noch diskutieren müssen. Die SPD wird dem wahrscheinlich auch folgen oder wird in die gleiche Richtung Politik betreiben. Die Union wird zumindest nicht so sehr stören, wenn es um Regierung gegen Plattformbetreiber geht. Die wünschen sich das eigentlich auch sehr. Und an der Stelle sollte man vielleicht auch erwähnen, es gibt auch sehr schlaue Leute in der Union, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Zum Beispiel der bayerische Justizminister hatte einen Fachartikel zum Digital Service Act veröffentlicht, in dem er genau darauf hingewiesen hat, dass der jetzige Entwurf gefährlich sein könnte und hinter dem NetzDG zurückbleibt. Allerdings sind diese Stimmen jetzt nicht in das Programm eingeflossen und auch nicht in das Wahlkampfteam von Armin Laschet. Da hat man eher das Prinzip, möglichst viel Digitalisierung wird schon gut sein. Bei den Koalitionsoptionen könnte man sich jetzt überlegen, was würde das für das Thema Hasskriminalität bedeuten. Eine Kombination aus Union, SPD und Grünen würde vielleicht dem Thema sogar etwas mehr Drive geben. Jede Konstellation mit der FDP da drin würde zu schwierigen Konstellationen führen, weil die FDP eben die Abschaffung des NetzDG fordert. Und es kann sein, dass dann dieses Thema als eher Nebenkriegsschauplatz eingetauscht wird gegen irgendetwas anderes. Also dass die FDP vielleicht oder die andere Seite an der Stelle Kompromisse macht zugunsten von irgendeinem anderen Thema. Deshalb habe ich durchaus Sorgen, dass in diesen Konstellationen in Sachen Hasskriminalität ein Rückschlag erfolgen könnte. Die Linke hat sich zu dem Thema so gut wie gar nicht positioniert. In ihrem Programm taucht das Thema Hass zwar auf, aber nur im Zusammenhang mit Diskriminierung oder mit Medienvielfalt. Von der Tendenz her sind sie wohl schon aufgeschlossen gegenüber einer Regulierung zu Lasten von großen Unternehmen. Auf der anderen Seite sind sie auch, und da haben sie das gleiche Problem wie die Grünen, manchmal recht kernig unterwegs im Netz und dadurch häufig auch selbst betroffen von Löschungen von rechtswidrigen oder rechtmäßigen Inhalten. Deshalb tun die sich vielleicht etwas schwerer oder haben einfach nicht die fachliche Kompetenz, um dieses Thema wirklich zu besetzen. In diesem Sinne, schöne Grüße aus der Toskane. Jetzt hat es auch noch angefangen hier zu regnen, was überhaupt nicht typisch war. Wir tuckern jetzt also weiter Richtung Norden. Und wir sind hier etwas südlich Florenz in einem Agritourismo, den ich sehr empfehlen kann. Und ich verlinke den Namen von diesem Platz in der Beschreibung.